Komm, Zerra! Zerra durch! Genau! Yeah! Boah! Okay, viel Geld. Tolles Item. Sterne machen. Du willst nice damage. Und endlich mal ein Horde-Damage ohne Critz. Also eine vierstelliger... Eine vierstellige Zahl von Schaden ohne Critz. Ich bin so stolz auf mich. Was war denn das hier? Du Dreckvieh! Das Ding ist kommt nicht runter. Zwei? Ey! Naja boah, viel AP haben sie ja nicht. Ah stimmt! Ich kann sie mit Eidolons nicht. Eidolons sind jetzt von da weg, Alter. Ey, das ist mies. Das ist mies. Hm. Ich greife an, Mann. Was weiß ich. Ui! 48! Boah! Boah! Alter! Nicht schlecht! Na! Ist bisschen... Aber ne Karte bekommen. Das ist cool. Und nochmal runter. Hä? Wo ist Steiner? Neu! Was ist mit dem los? Ja genau! Steiner! Du musst zurück und da helfen, Mann! Sieht auch nicht. Ich muss sich am Ende aus bitten. Ich will, dass du die Prinzessin... ...eskortierst. Aus Alexandria. Und Doktor Totens. Ah! Also müssen wir wieder... wieder nach Lindblum zurück. Cool! Ne, nicht Lindblum. Nach, nach Treno. Nach Treno. Nach Treno. Und Doktor Tot soll uns helfen, einen Plan... ...zu schmieden, wie wir alles wieder ins Lot bringen. Jo, okay. Wir abwix helfen. Lauf, Schlampe! Lauf! Alle kämpfen für mich. Das ist richtig. Stimmt's die Prinzessin? Stimmt's die Prinzessin? Hau, es kommt! Los, komm! Komm jetzt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! BAM! Ich komme klar! So. Okay. Michael Kyken. Okay. Davor, daaaaaaaa�immune. Schön. Okay, ich muss jetzt ganz schnell, jetzt muss ich glaube ich gleich noch gegen den Leviat, ne nicht Leviat sein, gegen den Gau ganz zu lang, den Gau ganz zu lang muss ich gleich noch mal kämpfen. Das ist ja nicht wahr, aber ich will mal gucken, wie viel Damage der Abwechslung normalen Schlag macht, wenn ich angreife mit der. Und, ey, ey, na toll, hat's Uels gebracht, und wie viel, na komm, wow, auch ganz schön viel, wow, wobei da geht die Leistung mal total langsam hoch, das geht gar nicht. Ich bin ein 16 Clown, ich hab ihn nie besiegt. Alles klar, Alter, ich dachte jetzt Level 30 oder sowas. Oh, cool. Boah. Steiner, was machst du hier? Ich bin Captain Nadelbert Steiner. Oh, ich hab noch mein Selbstbewusstsein gerade zurückerlangt und möchte euch jetzt helfen. Kommt, ein bisschen zu spät, ey. Und, ja, so, du bist tot. Und, du bist da. Oh, okay. Ach, scheiße. Toll, warum mach ich Jump? Oh, das war's. Entweder One-Hit. Okay, kein One-Hit. Oh, das war's. Freya ist weg. Freya schwebt wieder irgendwo in der Luft rum. Kommt nie wieder runter. Ja, das war's. Cool. Einmal heilen. Okay. Kannst du auch was ausrüsten? Nein. Ähm. Ähm, evade. Das, 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 das. Nee. Oh, ey. Der hat so wenig HP. Das ist so scheiße. Muss ich jetzt hier runter oder wo? Wo muss ich denn jetzt hin? Jo. Hier runter. Genau, ich muss ja eher hin. Oh, scheiße. Wegen dem Teleporter. Also, eigentlich wegen dem Teleporter. Wegen dem Viech, das mich rumträgt. Nach, ähm. Nach, nach, nach. Nach Treno zurück. Und jetzt nochmal gegen die Kämpfe, oder was? LOL. Haha. Hammerhart. Blank. Ich werd bekloppt. Also. Blank ist zurück. Blank, alter. Was geht ab? High five. Komm. Haha, wie krass. Loll, wer ist mieser? Zieht da alles neues Mädchen? Ja. Genau. Loll. Komm, beil dich. Blank, beil dich. Ja, so gut wie du kannst. Geh doch. Du Dreck, zack. Man, I love you guys. Man, I'm so gay. Nee. Äh, eigentlich nicht. Es ist da unheben, right? Gargann, downstairs. Misa. Oh, gosh. Get out of here. We'll take care of this. So, jetzt kommt auch trotzdem die hässliche, verfickte Gargantz oder auch noch mal gleich. Ey, die hätten Tron und von rund umkretten sollen. Wenn man jetzt, man jetzt down, dann kennen wir nicht noch mal. Da kommt etwas. Oh, da ist er. Hallo. Komm, komm. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ja, jetzt macht ihr auch keinen Kopf. Jetzt steig in das Scheißding. Und lass uns einfach noch Träno zurück. Junge, 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 Junge. Morgen, hin.